ich müsste echt mal versuchen aber also ich habe schon plastikkugeln dran hängen nur zur sicherheit aber nö juckt die nicht wollte meine richtige richtung her nicht du also der hat die stunde so schnell wie das kannst wie bin ich ein deutscher gefall wieso bin ich gesprungen hast du glück ab dass es gerade aufgegangen ist wir haben trotzdem form hat also nichts genutzt dieses dämliche springen dauernd bin ich ein flummi oder ja ich konnte noch umdrehen nathalie du musst nach vorne man merkt gar nicht endlich es ist finde ich gut dass man die auch tragen kann macht der den kann man tragen die kugel gemacht mit roxana da hältst du einfach fest und kann schlafe und was weiß ich außer du musst weinspringen dann geht du kannst aber dann wegschmeißen und wenn du ein arsch fest kannst du auch sogar runterschmeißen gar nichts machen kann ich dagegen machen also ich denke man nicht da hat man irgendwie ob du die kugel doch quasi im rollen irgendwie einfangen kannst oder vom ziel wo auch nicht rein hier wenn ich vom ziel stehe kommt dann ein geräusch greifstehende und schmeißen einfach raus und dann sonst ein checkpoint zurück so krass ja doch ich hab auch eben nicht versucht rauszukommen wo ich dich gegriffen ne ne das ist noch mal so gut und man ist genug hin und sind irgendwie durch ziel komme kann man so versuchen da kann man in den ersten runden probieren halb sonne ja im final aber so gemacht da konnte ich den gewinnen nach der runde werde ich mir auch erstmal kurz essen wachslauch auf es geht doch mal wir möchten noch zehn jahre wen noch zehn jahre tiefer man also dieses springe zwischendurch bisschen nervig und sonst ja du darfst nicht auf diesen auf diesen streifen gehen da wo du langsamer wirst so scheiße ich habe den checkman verpasst ich muss hier runter nee 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 hallo soll jetzt rollen einfach rollen es macht sich doch ich hoffe man das spiel muss dass man das truff hat du wichser ich habe gesehen du hast da gewartet du goldner weiß dass der von ebel schon immer der hat schon zweimal gewonnen ich hoffe du kriegst krebs du bist 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 du xana bestimmt ihre ich habe meinen ziel so heftig ist an der türkante ich dachte kurz ich muss sterben komm schon scheiße schon wieder mein leben nicht mehr Ich glaub der ist gebrochen. Der scheiß golder Wolf kann er sich sonst wohin schieben.